Heute bin ich an der Reihe, die Frustration zu spüren, die seit Generationen über Generationen weitergegeben wurde, die Menschen in den Abgrund gestürzt hat und mancher Lebenswillen gebrochen hat. Es werden heute Tränen, Schweiß und Blut aus allen Ohren laufen. Es ist bekannt als eines der härtesten Spiele des Universums. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Getting Over It. Von dem Spiel habt ihr wahrscheinlich schon gehört, weil es so gut wie jeder YouTuber und Screamer gespielt hat. Aber wenn ihr aus dem letzten Loch gekrochen seid und auf irgendeine magische Weise noch nicht davon gehört habt, dann kann ich euch das gerne in drei Wörtern erklären. Mann im Topf. Also ohne weiter Sinn, los rumzulabern, springen wir doch direkt erstmal in eine Montage, welches ich es nicht mehr schaffe, über das erste Hindernis zu kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Nein, was? Nein. Nein. Ja, 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 nein. Ja. Ja. Nein. 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 Oh, es ist wieder passiert. Keep on trying. Don't let it get to you. Nein. Although a lot of them are. I mean, they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context. And once the moment has gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in a second. Oh mein. Die Zölle funktioniert das. Nein. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash. The ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of. Grand, infinite and unsorted. Du motherfucker, geh drauf. Komm schon. Nein, doch nicht rö... Sorrow is my own yard. With a new grass flames, as it has flamed off and before. But not with a cold fire that closes around me this year. William Carlos Williams. Oh, wie ich so gerne jetzt gerade diesen Sprecher einfach kurz erwügen würde. Alter. Alter. Hanf. Hä? Hä? Nein. 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 Wie habe ich das geschafft? What the hell? Okay. Und runter. Nein. Bleib. 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 Guter Hund. Ähm. So. Zum vierten Mal oder so an dieser Stelle angelangt. Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Wie funktioniert die Scheiße? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Was? Oho. Okay. 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 Eieieieie. Das ist Kulturen. die kann du sprichst die ganze zeit rum wie ein fucking und sie wollen was willst du von mir du musst mal ein bisschen nee ich nicht alles gut um patience is the foundation of eternal peace make anger your enemy harm comes to those who know only your own goals that you'll surpass those who exceed theirs tokugawa iayasu okay hallo orange da bin ich wieder okay ich erst mal unterbauen oh mein gott oh mein gott oh mein ja nice und hallo da bin ich wieder jetzt einfach ganz vorsichtig hinstellen so wie es richtig ist es zu weit auch ein bisschen schräg aber man kann damit arbeiten das gleiche nicht du bist schräg ich will nicht dass schräg stehst aber wie komme ich vorbei wenn du nicht schräg stehst hallo na alles gut haben uns ja lange nicht mehr gesehen du wichser du wichser du warst nicht mal okay so nochmal von vorne wie soll ich da hochkommen was oh mein so hallo orange wie kriege ich den tisch weg kann er nicht weg die höchste stelle an der ich bis jetzt gekommen bin wie komme ich nur weiter das ist das problem da kann ich doch nicht stehen wie komme ich da dran äh 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 hä hm ja 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 so du bist schon wieder ja 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 ok 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 no warum bin ich da abgerutscht oh 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 god oh 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 Bis zum nächsten Mal.